So, nachdem ich jetzt meinen Rechner nochmal neu heruntergefahren habe und hochgefahren habe wegen bekanntem Problem, ne eigentlich unbekanntem Problem, eben dass gerade mein Rechner ein bisschen ins Haken gekommen ist. Aber vielleicht kriegen wir das ja gelöst. Uuuuh, sehr spendabel. Und eine sehr geile Zahl, weil Luigi wird jetzt geklatscht. Battle! Toad! Du bist dran! Setz Tackle ein! Sehr nice. So, Luigi haben wir verdroschen. Da bin ich jetzt glücklich mit. R-Details, ne? Warte mal, ist das er? Ja, das ist er. Okay, wir sind hier oben und müssen da hin. Na dann, auf geht's. Weil wir brauchen unbedingt wieder Geld. Ihr seht ja, wie arm wir sind. Prust. Das Unglückliche ist leider, dass Luigi gut viel Geld hat und sich jetzt einen wunderschönen Kandidaten aussuchen darf. Passt. Der nimmt sich Bombe, die Bom-Bombe. Äh. Bom-Bombe, die Bombe. So ja rum. Ah, der ist teuer. Aber hä, aber warum ist der denn so gut? Ach, der greift instant den ähm er greift instant den Hauptmenschen an. Also hier die die Hauptperson wie mich zum Beispiel und nicht meine Partner. Und wie belastend ist das denn jetzt? Komm, gönn dir noch mal ein Bom-Bom. Nein, kein Boo-Hoo. Boo-Hoo sind böse. Nicht gut. Wir müssen rennen. Ich sagte, renn Leute. Ihr seid zu langsam. Oh Gott. Er holt uns locker ein. Verdammt. Nein. Diese Scheiß-Bombe. Verdammt. Das läuft nicht nach unserem Vorteil. Zu unserem Vorteil. Oh, er könnte sich das Geld verdoppeln oder alles verlieren. Jetzt müssen wir einfach nur noch Glück haben. Oh, das ist böse. Da kann man eigentlich nicht verkacken, wenn man den 2 plus nimmt. oder mal 2 nimmt. Weil jetzt mal 64 zu 90% aller Fälle nicht, ähm, warte mal, nicht funktionstüchtig ist. Erzähl mir nicht, der Kleine wird gewinnen. Oder? Nö, wird er nicht. Ey, ich hab jetzt ernsthaft gedacht, da stand schnell Futter. Heißt für mich, der will auf jeden Fall was zu essen haben. Okay, Luigi. Ganz ehrlich, dafür kannst du nix, weil ich hätte sie genauso getan wie du. Auch wenn sehr unwahrscheinlich ist, es gibt aber ein minimale Chance, dass es wirklich mal passiert. toll, und jetzt greifen wir Luigi an, obwohl der eigentlich Buhu gar nicht mehr behalten dürfte. Bette Toad! Das war Buhu. Und mein Toad. Ja, aber Toad brauchen wir jetzt nicht mehr. Auch wenn er unser bester Gefährte war bisher. Lieber holen wir uns vorne einen neuen Partner. Hoffentlich gehen wir durch Trump oder sowas. Sniffelt! Wir machen heute die Sniffelt-Show, Leute. Oh, drei Angriff! Komm schon, gibt's irgendwo ein Rückwärtsfeld? Äh, eins, zwei, drei, ist ein Fragefeld, eins, zwei, ja, komm, wir gönnen uns. Alle Herzteilen, komm! Ich hab wieder drei Leben, äh, nee, volle Leben. Flup! Luigi, wirfel jetzt ganz hoch. Nein, hoch, Mann! Junge, soll ich dir lehren, wie man hoch würfelt, oder wie? Dann muss ich halt zurückkommen und harte Geschütze auffahren. Ist dir egal, ob meine Leute durchgewirbelt werden. Warte, eher Detail. Ja, der wird safe bei mir vorbeikommen. Dementsprechend würde ich die Richtung gehen und gönn mir noch ein bisschen Money. Luigi, wenn du jetzt eine niedrige Zahl würfelst, ich sag dir, ich schlag dich. Die Zahl kannst du von mir aus... Nein, du kleiner Lursch! Boah, Trigger. Und dann will er nach oben. Okay, krieg dich. Luigi, krieg dich. Ist mir egal. Ich komme, Luigi. Oh ja. Du wirst jetzt Schmerzen gleich verspüren. Nein! Dieser... Nein! Dieses Spiel mag mich überhaupt nicht. Das kannst du nicht sagen. Ey, jetzt ist der genau an derselben Stelle und wir spielen schon wieder riskante Scheiten. das könnte jetzt wieder lange dauern, ne? Außer, äh, der Controller fällt aus, ne? Kennen wir ja auch. Na komm, Luigi, bring jetzt hinter uns. Junge, wie lange würdet nochmal so kommen? Könnt jetzt mal der andere Zeiger sich auch mitbewegen? damit hat Luigi nicht gerechnet. Lappen. Wenigstens kriegen wir das Geld. Obwohl ich den eigentlich richtig in die Pfanne hauen wollte. danke für 20 Münzen, die mir jetzt nichts mehr nützen. Hm. Ich hab keine Ahnung, ich geh da um. Ey, nein, und jetzt noch die Sniffed-Shitte. Och, Leute, warum tut mir das Spiel so an? Ach, ne, ist glücksgeil, stimmt. Ich verwechsel mal Shy Game mit Sniffed. Oh, diesmal nur mal viel. Ich hab Bauchweh. Safe, ich verkacke. Aber der andere hat Bauchweh, dann isst er ja wohl nicht so viel. Dein Ernst? Spiel ist so ein Betrug. Ich hab Bauchweh. Ja, klar, den Maul, du blöder Hund. Bring dir um, du Kettenhund. Kasse dich. Das Spiel ist so ein Weg, da müll. Mann, das ist doch alles kacke, ey. Ja, natürlich kriegt er auch nur eine Glücksrollette. Ja, komm, das Spiel ist, das Spiel ist einfach Betrug. Ach, er dürfte ja nur aussuchen, wo es stimmt. Ja, war ja auch noch. Klar. Am besten noch wieder alle herzenfrei oder sowas. Ja, genau. GG, Luigi. Als ob der noch Mini-Bowser-Jakon. Das waren's mit meine Schniffits. Und Peach, du läufst langsamer als ne Oma. Bitte einfach laufen. Ach Gott, ey. Was? Was ist... Okay. Luigi können wir gerne so handhaben. was machst du? Hä? Alle Felder freigeben? Oh, seine Felder sind weg. Ah, das war jetzt auch ein Move, den ich nicht verstanden habe. Der hat meine Fäder auch mit wegradiert. Was ist das denn? Du Esel. Du kleiner Esel. Oh, ich will einen Partner haben. Ja, ich will drücken. Dankeschön. Danke. 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 Okay, ich weiß, was ich will. Hat einen Grund. Oh, nein. Nein. Nee, ich muss ja unten lang, ne? Ah, ja, stimmt. Ich muss jetzt einmal komplett außenrum. Okay. er könnte jetzt Glück haben und auch gewinnen oder wie ich verkacken und dann hat er gar nichts mehr. Ich hätte gedacht, dass er... Ah, gut, okay. Ah, das Würfel-Mini-Spiel. so wie 21, ja, wer 21 hat gewinnt. Ah, er hat jetzt die schlechte Ausgangsposition. Oh, Luigi muss. Ja, moin. Als ob. GG, Luigi. Yeah. Das passt ja. Und wir müssen immer noch unbedingt so schnell wie möglich zurück. komm, YOLO. Was sollen wir anderen machen? Wir haben sowieso verkackt. Oh, nicht schon wieder diese Hunde. Die Hunde hasse ich. Ja, komm, ich weiß, wir mich nehmen. Und zwar nicht den kleinen blöden Köter. Klasse, Kuchen. Und was hast du? Mir ist schon übel vor Hunger. Wenn du verkackst es. Ja, komm, YOLO. Komm. Wenn ich verkacke, denn hochkant. Ja, guck mal, wie lahmarschig der ist. das gibt es ja wohl nicht. Das gibt es ja wohl nicht. Pink Nust. Ich losse dich gleich, du blöde spiel. Würde am liebsten jetzt was zerstören. Ich hätte so einen inneren Zerstörungstrang, ich weiß auch nicht. Das hätte klappen können, der Junge hatte nur nur eh ein bisschen oder so. Ja, du kommst zu mir gar nichts. Verschwinde. Wie würdest du eigentlich angreifen mit deinem Scheinblock? Ihr habt doch ja keinen Angriff. Betrug. Boah, das sind die für Betrug. Ich kann doch ja nicht angreifen. Ja, genau. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt rückwärts. Ich war komplett fertig. Meine Nerven sind so am Ende. Das ist glaube ich das schlimmste Duellbrett, was wir je bisher machen mussten oder eben macht haben. Ey, wenn jetzt der Kleene Hund gewinnt, na? Ich gehe heulen. Der darf einfach nicht gewinnen. Warte, er mag Pilze auf seinen Kuchen? Komm, jetzt Kleener, du gewinnst. Ich glaube an dich. Okay, der Kleene ist einfach ein Lappen. Der ist halt wirklich ein Lappen, der isst nicht mal einen Kuchen. Könnt ihr jetzt bitte Einsen würfeln? Pass auf Safe, ich würfel was höret. Ich wisst ja wie verarschig ich mich gerade fühle, oder? Krieg wenigstens noch einen Partner. Ey, ich darf mich schützen. Ich glaube ich spinn. Warte mal, durfte ich überhaupt auf, ist wählen wo? Ob vorne oder hinten? Hinten. Weil ich sonst gleich wieder finito bin. ja, und der wird auch neun. Ja. Und jetzt ist die Piranha natürlich vorne, die natürlich ach, komm ey, das Spiel ist so hochkante verarsche, hochkante verarsche. ja. Zu viel, viel Prozent kann ein Spiel einen verarschen. Das Spiel 100%. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist doch nicht normal. Drück jetzt. Ey, ich muss ja zurück, sonst bringt das ja uns gar nichts. Loll, ein Minispiel, wo man... Bilderrätsel. Oh, ne, da muss ich ja irgendwas raten. Ach, du Shit. Hat man erkannt, oder? Keine Ahnung, Alter. Also man kann nix dazu sagen, ne? Also das ist, ähm, nicht günstig gelaufen. Boah, ich hoffe, wie windet noch. Irgendwie. So, und jetzt gibt mir... Buhu. Buhu hatte meistens angriffen, ne? Ja, komm. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir ein bisschen machen. Nein, nicht glücksgeil. Das Spiel hasst mich abgrundtief. Nein, ich will nicht mehr. Ich hasse Glücksspiele. Und jetzt muss ich wieder einen Toad raussuchen. rechts oder links, Leute. Welche Richtung wird es sein? Ich kann schon wieder nicht drücken. Warum nicht? Jetzt. Ich weiß es nicht. YOLO. Als ob. Als ob. Klasse, du hast richtig geraten. Ich hab jetzt 100 Münzen. Damit kann ich eigentlich nicht anfangen. Also gefühlt ist der Toad übrigens immer in der linken Kiste. Keine Ahnung warum, aber gefühlt ist der immer dort. Ey, die letzten 5 Runden und ich bin einfach komplett am Zykerli. Ey, das wird ein D-Spezial-Rang. So schlecht wie es läuft. Ja, geh auf das Peachfeld. Sehr schön. Gib mir nochmal Geld. Machst du super, Luigi. Gönn mir einfach hart. Guck mal, ich komm dir sogar entgegen, mein Lieber. Nein! Und ich bin ein Hollenhorst. Ein was? Ein was? Ah. Hm, warum hab ich wohl keinen Partner? Weil der hinten steht. Oh, das ist mies. Gerade jetzt. Und wir können halt nicht... Es gibt kein Zurückfeld. Das ist das Problem. Naja, für vorne würde ich gerne einen Partner haben. Wann kommt die Pflanze? Nein! Ah, ja, gut. Buhu und ein Buhu passt. Dann haben wir fast so viel Angriff wie ein... Ja, doch. Haben wir nicht so viel Angriff wie eine Piranha-Pflanze? Yeah, Luigi. Wie wär's mit ein bisschen Spaß? Battle. Und jetzt, Buhu. Saug ihn aus. Oder küss ihn halt. Upgrade! Kostet zwar ein bisschen mehr Money, aber hey, wir haben hier noch Money. Sex, Angriff. Okay, Luigi. Gib auf. Du bist einfach tot. Problematisch wäre, wenn er jetzt auf ein Fragezeichenfeld kommt und alle seine Herzteile wieder bekommt. Dann ist er ihr Winner. Uh, ne 7. Das hat sogar einen Grund, warum ich nach oben gehe. Ich mischte halt nicht meine Bugus weghauen. Die Bugus sind mega. Die brauche ich einfach. Okay. Okay. Turbo-Tunnel. Oh. Ach, das Ding. Ja, gut. Okay, das hab ich das letzte Mal verkackt. Wird schon jetzt passen. Jo, ich nehm mal ein Elektrofeld mit. Oh Gott, das ist jetzt schwer mit dieser Steuerung. Aber, äh, das Minispiel ist trotzdem... Ja, mhm. Cool. Ey, ich hab's fast gewonnen. Als ob. Gefühlt, ich hab jeden Laser mitgenommen. Aber dafür alle, äh, mega schnellen Streifen. Dadurch hab ich fast gewonnen. Krass. Ja, GG, Luigi. Ich gönne dir noch die letzten 10 Münzen. Bevor ich dich zerschmetter. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Nein, Luigi. Komm. Sei nett. Sei bitte nett und lass dich endlich niedermetzeln von mir. Nein. Das ist nicht nett von dir. Buu, ist Angriff. Leck ihn aus. Nein. Nein. Gegnerische Felder. Ja. Leute, nehmt. Aber ich hab kein Problem mit. Solange ich jetzt das Glück hab, dich komplett auszulaugen und auszuknutschen oder was auch immer Buu mit dir macht. Bin ich glücklich und ich glaub, das reicht nicht. Nein. Das hätte sowieso nie gereicht. Wegen dem blöden Minispiel. Ja, das Lieblingsminispiel von jedem. Das ist nicht moe. Ich bin. Ich bin. Ja, easy game, Leute. Easy game. So kann man auch sein Geld nochmal aufstocken. Krieg jetzt nicht sogar 30 Münzen. Ist ja nicht so, als ob ich 120 Münzen im Paddle hätte. 123 Münzen. Ich will Luigi jetzt. Ach nee, muss ja unten lang. Stimmt. So, mit einer 2, wo komme ich da hin? Spiel. Zu Luigi oder zu Luigi. Ah, komm Luigi, gib dir auch mal ein bisschen Geld. Letzte Runde. Ja, okay. Wenn du jetzt nicht großartig viel machst, Luigi, habe ich gewonnen. GG schon mal an meiner Stelle. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich glaube wirklich, ich habe mal gewonnen. Oder ich habe in diesem Todesgruseligen Match noch gewonnen. Mit 90% Fails. So, ich wette, ich wette mit euch, er wird jetzt rechts. Und das ist falsch. Ich sage, links ist immer der Toad. Egal, ob du willst und nicht. Es ist immer links. Ja, er hat einen Glückwunsch. Er hat 40 Münzen. Broken Minigame. Der will einfach sein Geld verdoppeln. Würdest du mich freuen? Nein, er weiß meine Taktik. Es ist immer links. GG. Wenn er jetzt nochmal links wird, dann... Rest in Peace. Oh, hier hat sich das gewechselt. Hm, Luigi lost. Tja, das war dein Geld. Komm, vielleicht schnetze ich den ja in der letzten Runde noch richtig kaputt. Ja, oder auch nicht. Oh, nee. Minispiel ist noch drin. Aber der Sieger steht schon klar. Oh, immerhin. Außerweitwurf. Yay. Ein Minispiel, was kein Mensch kann. Oder nicht möglich ist zu können. Ordentliche 33 Meter, Leute. Ich bin der Po in dem Spiel. Glückwunsch, Luigi. Du hast die letzten 10 Münzen noch bekommen, aber es ist Ende. Ja, game over. Trotzdem habe ich hochhaus gewonnen. Die Ergebnisse stehen klar. Der Gewinner ist... Sorry, Luigi. Tut mir wirklich traurig, aber... Du hättest mit mir zusammenarbeiten sollen. Die Gewinnerin ist Peach. Nice. You are the winner. Aber, äh, wirklich, ne? Nur wegen den Herzteilen. Und, was krieg ich? Es! Er kriegt nur es. Wieso habe ich nur... Wieso habe ich einen verdammten C-Rang? Können wir den löschen? Der sieht kacke aus. Oh, I lost. Oh nein, verloren. Oh je, so jammert er. So, es wird Zeit. Maya, du hast ein weiteres Mal gewonnen. Jetzt wird Zeit für dein Liebesternchen. Komm, gib ihm mir. Endlich. Mein Stern. Unser vierter Stern. Nur noch drei Sterne, Leute. Du hältst den Liebesternchen. Aber nicht so schnell hier. Hol dir jetzt noch den Mutstern in der Gruselgrotte. Reise deshalb dorthin. Oh, oh, auf diesem Gefechtsbrett. Wartet. Jetzt ist aber mal Feierabend hier. Dieses Mal ist... ...wird mein, was meins ist. Dieses Mal ist meins, was meins ist. Wir sind etwas in Eile. Könntest du bitte beiseite treten? Äh. WTF, Bowser? Was bist du für ein... Für ein Weichei. Was? 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 Blöd? Ja, bist du eindeutig, Bowser. Du bist blöd. Wir haben es bestätigt bekommen von dir selber. Nice. Was war denn das jetzt? Oh. Ähm. Ja. Ich würde sagen, aber... Bevor wir in die Gruselgrotte starten, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ihr lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und ciao.